hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von egge wieder erst mal zusammen mit mir die anderen beiden sind zwar auf dem server aber nicht auf dem ts also von daher fange ich einfach an vielleicht schaut ja jemand dazu mal gucken ich ernte jetzt auf jeden fall dass ich ernte was ich gesät habe weiß bescheid das aber nicht der hauptgrund der hauptgrund ist eigentlich wie du vielleicht im titel gelesen hast es gab ein ich sag jetzt einfach mal riesen update ja man kann es so nennen denn wir haben jetzt die möglichkeit da gehen wir gleich darauf ein ist es gab viele bug fixes viele änderungen paar sachen sind dazugekommen unter anderem anscheinenden gewächshaus was mir wahrscheinlich sehr zugute kommt denn der grund warum bei mir hier auch viel verdirbt ist tatsächlich der dass ich einfach zu nicht 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 zu unregelmäßig das stimmt nicht weil ich bin ja jeden tag da auf dem server im normalfall aber nicht in der zeit wie die sachen brauchen zu wachsen und dann verwelken die das ist ein riesen problem und da werde ich dann natürlich oder da werden wir demnächst unsere oder ich werde unsere jungs da mal ansetzen dass da vielleicht einer auch von farmer wird dass er diese seed production die ich auch habe die efficiency und sowas alles dass er das alles bekommt und das ist das war interessant dass es einfach regelmäßiger funktioniert und diese wieso wir neuerdings so extrem gras wuchs also ich muss sagen die was sind das hier kann man spulps da werden wir gleich mal gucken ob das jetzt zwiebeln oder kartoffeln sind vom symbol her sind das zwiebeln aber eigentlich fallen die irgendwie unter potatoes keine ahnung da müssen wir gleich mal gucken denn und jetzt fragst du dich wieso gucken man kann jetzt mittlerweile das mache ich gleich mal ich muss auch dringend das rezept lernen für kammer wir haben nämlich absolut null zu essen mal wieder also finde finde den fehler und ja es ist halt es sind halt noch zwei man mehr als wir vorher waren und das macht sich doch schon extrem bemerkbar wir sind jetzt fünf aktive ja und aktiv ne also 13 tage noch der kommt übrigens der kommt genau in der nacht vom elften auf den zwölften april und ich mit in der nacht meine ich in der nacht der kommt irgendwie um drei uhr morgens also das mit aufzunehmen wird interessant sagen wir es mal so wenn wir bis dahin nicht mit mit der laser technik voranschreiten wird es tatsächlich interessant das ganze aufzunehmen so jetzt aber jetzt aber noch mal auf das update gab ein paar weltänderungen es gab ein paar tieränderungen es gab ein paar bug fixes aber das ist alles so wo man sagt ja das erwartet man irgendwie in irgendeiner form irgendwo und die größte änderung die es tatsächlich gab ist dass hier feld fehlt nein das ist natürlich nicht die größte änderung und ich denke mal wir werden heute anfangen hier wahrscheinlich mal an diesem kleinen vorratsraum zu bauen nein die größte änderung die es gab ist die hier und ich habe es extra noch nicht gemacht weil ich da auf dich warten wollte denn wir können jetzt hier hingehen und jetzt siehst du hier englisch französisch deutsch polnisch russisch spanisch koreanisch einfaches chinesisch einfaches chinesisch japan japan japanese japanisch wir schalten natürlich um auf deutsch polnisch kann ich leider nicht lesen und nicht sprechen wir schalten uns auf deutsch und jetzt sehen wir hier laub qualität schatten qualität renderskalierung fortgeschritten also wir können jetzt hier alles auf deutsch sehen zumindest hier schon mal und jetzt gehen wir mal nein ich will nicht beenden ich will das hier weg machen so und jetzt steht hier auch schon tragen es ist ein frühes sprach update es ist nicht fertig das siehst du hier ich würde mal jetzt fast behaupten das meiste ist tatsächlich noch nicht ne aber es ist schon mal das menü hier steht schon mal fertigkeiten es ist quasi so ein grober grobe überleitung also der anfang ist gesetzt vom thema ich hatte ja mal gesagt gehabt dass das spiel oder dass sie dabei sind das spiel in 15 sprachen zu übersetzen was natürlich dauert also da machen wir machen wir uns da gar nichts vor das dauert und hier jetzt auch schon dritte person bearbeiten hier steht rucksack und von daher es wird was und das update jetzt dass das wisst ihr das schöne an an echo ist einfach die tatsache dass wenn ein update kommt das überhaupt nicht groß ist also echo zeigt tatsächlich gerade an oder zeigt dass man auch mit wenig mb große updates bewirken kann wenn man sich in der heutigen zeit dass man anguckt andere spiele sowas wie ich nehme jetzt einfach mal als beispiel weil ich es ja selber spiele world of tanks da kommt dann irgendwie ein update oder auch beim ls beim ls ist ja ganz schlimm aber bei world of tanks kommt dann auch da kommt ein update zwei gigabyte oder sowas die du erst mal runterladen musst für die du festplattenspeicher haben musst und jetzt sagt der ein oder andere ja so zwei gigabyte aber drei terabyte ja also 50 spiele und alle 50 spiele haben zwei terabyte zwei gigabyte update bist du schon mal bei 100 gigabyte und das dann alle zwei wochen so gefühlt ja mal ganz schnell auch deine terabyte platte voll beim ls ist ja noch schlimmer da musst du ja immer jedes update runterladen also du lädst ein update runter und du musst aber quasi dass die komplette update box runterladen das sind irgendwie bei fünf sechs gigabyte das ist weiß nicht also wird sich wahrscheinlich ändern aber not enough room im inventory alter warum denn so viel und übrigens die haben auch was geändert hier die kiste ja zum beispiel die steht ja hier auf 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 zwei dirt wenn wir jetzt hier reingehen das war hier place on sold ground also die muss auf dem boden platziert sein findet die kiste toll das hier findet sie wahrscheinlich auch nicht toll ja ist nämlich gerade aufgefallen ich habe es immer weggeklickt wofür wollte ich das noch mal alles haben da gab es ein rezept oder da gab es ein rezept wo das mehr carbs bringt oder okay wenn ich jetzt den jungs gleich sagt wir haben wieder essen dann kommen die hier wieder an wie die geier geht ja so zack 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 essen weg und die sind übrigens noch nicht reif leider dachte die wären schon reif so ich brauche dringend essen sie ist unten an meinen skill points die sind extrem gesunken ich habe auch nur noch also ich habe tatsächlich ein stück fleisch gegessen gebratenes fleisch natürlich aber ich habe jetzt zwar mit sven noch nicht gesprochen erst aber aus dem urlaub zurück bedeutet da geht demnächst wieder was mit fleisch da geht was da wird was gehen und ich würde einfach noch ein paar huckleberries gerade tatsächlich auspflanzen wollen der hier ist der ist tot oder dieses plant ist dead aber wir haben noch huckleberries und das wollen wir auch machen plant already exist hier das ist immer noch ein problem also dass das ist ghost pflanzen gibt das ja das ist eindeutig ein problem ich habe den server auch mittlerweile auch schon ein oder zwei mal neu gestartet schon allein wegen dem update macht ja sinn aber wir haben halt immer noch so ein bisschen ghost pflanzen gerade auch die bäume die verschwinden dann und dann hast du den leeren fleck und dann denkst du dir so kann ich doch da was neues drauf setzen nee geht nicht weil angeblich noch ein baum existiert und das ist ein problem was ich hoffe was in einem der nächsten updates irgendwie mal gefixt wird ist der hier eigentlich auch tot ne 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 ok vielleicht haben wir noch zwei die pflanzen wir auch noch mal an und zwar und zwar ich würde hier hinten gerne so ein weißt du so ein hier eins und eins hier hinten hier hinten so ich würde ich gerne so weißt du so ein bisschen ein bisschen die Huckleberries produzieren es soll auch irgendwie was neues geben mit äh dem fertilizer also dem dünger da muss ich auch noch mal reingucken es wieso spawnst du denn jetzt hier die ganze wir haben mehr gras das spawnt wo ist eigentlich mein wir haben jetzt gerade auch wo ist eigentlich mein anderer wagen hm man weiß es nicht so lass uns mal ganz kurz was kommen ah das ist auch schon jetzt übersetzt worden hier also zumindest die die oberbegriffe zum teil ja das ist echt cool also dass der vor dass dass die entwickler vor allen dingen so schnell sind das finde ich cool lagerfeuer eintopf ho 1200 kalorien mit einem schlag bei 5500 die wir maximal ok ok mais das haben wir noch scrap meat also abgeschnittenes fleisch ah fische da war was fische äh wo kommt die ganze erde her hä hä es war so viel erde ok aber eigentlich wollte ich in die nähe von den fisch räusen eigentlich wollte ich jep nein runter ok 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 kannst du bitte mal aufhören mit diesem place on soiled ground kommt ist doch auf dem boden hä aber bei der fisch räusche verstehe ich das nicht dass die irgendwo anders und dadurch komme ich jetzt auch nicht an die sachen ran ach man was soll denn das muss ich wieder diesen blöden woodcut da daneben stellen dass man nämlich nicht unten bleibt wenn man irgendwas aufmacht sondern auftaucht das ist auch total toll so machen wir das eben so wie anders geht hier zack fische na nimm ihn unglaublich das achso so eine art ich werde auch noch so eine art äh scheune bauen habe ich tatsächlich vor also quasi das farmgebiet so ein bisschen mehr zu farmen machen wir haben jetzt hier die mühle und dann irgendwie vielleicht vielleicht hier so an die kante oh wilde 3 ich würde sagen unser jäger muss bald mal wieder auf wiesernjagd gehen es gibt fleisch ich mache jetzt erstmal straße das so ja was wollte ich ah ja fisch 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 weißt du fisch äh fisch 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 da 43 3 und 8 gott ähm ja 15 ne ja 3 stunden 3 stunden 34 minuten nice tja geht doch was da haben wir schon mal 215 fisch nice jetzt wollen wir die truhe hier mal runter setzen hm wollen wir denn die andere truhe ist voll mit denen ja fast voll haben wir noch welche von ja oh 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 ok also ich muss mich auf jeden fall mal ums essen kümmern ein bisschen vielleicht was anpflanzen und ja und hier mit anfangen definitiv hier mit anfangen aber weißt du was das machen wir in der nächsten folge das soll es für heute gewesen sein ich sage vielen lieben dank fürs zuschauen hoffe beim nächsten mal sind wieder die anderen dabei würde mich freuen wenn du ein abo daumen hoch und kommentar da lässt schau sehr gerne beim nächsten mal wieder rein und da wünsche ich dir einen schönen abend eine schöne nacht einen schönen morgen je nachdem wann du dir das video anschaust und sag bis zum nächsten mal schau 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 schau